ich bin jetzt nur die dämonste da okay also passt nicht an ja mache ich doch bis jetzt nicht mehr allein sondern natürlich sind meine leute immer noch mit abstimmen meistgespielter charakter aber trotzdem so machen das jump master nice du lügst doch das ist auch eine option da wird halt sein direkt am anfang dann müssen wir halt mit rechnen ja nicht dagegen ich sage ja nur ein bisschen hot drop es gibt irgendwie so viele hotzons auf der map das ist doch wieder bisschen aufteilt nicht ganz wie pabriegen wo irgendwie die hälfte des servers auf einer stelle landet die variieren ja auch solche verstanden diese hallo tun die du gerade siehst ist aber gar nicht so toll also ist halt hier lud wie jeder antritt die zone und da gibt es halt eine garantierte goldene waffe mehr unterschied hat es nicht das ist so richtig mega nice ist es gar nicht hier ist ja fast alles drin was ich haben wir finden ach so start zwei hatten wir oder ist das war ich kann jetzt nicht immer eine fahrende in dem game alles macht immer zwei herren okay ich glaube du hast da gegner sind drin doch nicht da ist noch einer drin ich habe keinen namen mehr ich bin hier weg mama also ich habe noch vier schuss auf reserve es ist kacke was sind wir fast so prowler und hemlock zwei bürst wir könnten ja zur reststation noch hingehen ja wollte ich auch tatsächlich aber nicht zu der die da markiert wird sonst machen nicht doch ja wenn ihr uns unterwegs so eine waffe mitnehmen könnte ein bisschen mosambik ja notfalls auch das holy shit die kannst du nur die kräfte ich stehe auf schmerzen ich stehe auf schmerzen die kräfte die kräfte die werden wahrscheinlich alle hier hin gespringt kommen weil die jetzt sehen dass wir hier greifen oder sie looten halt noch das ist die andere option ja sie wird noch gut ja sie wird noch gut ich bin kurz hier noch ein bisschen weiter looten ich bin kurz in der kräfte die kräfte die kräfte die kräfte die kräfte die kräfte das brauche ich nicht äh brauche ich eigentlich schon finden aber ich will mich ja eine wache haben hat jemand übrig habe ich nicht habe ich 18 schuss und vier reload es könnte knapp werden glutet aus gibt es das ja das uncool was ist los es geht vor den boy ist wirklich nichts drinnen habe ich noch ein zweiter für mich zumindest ja auch ganz gut für mich nur bis jetzt 20 20 wie viel leid im hast du 40 schuss hier moment nicht so sondern so nicht zumindest einmal und noch mal 20 schuss auslegen danke da habe ich ungefähr ein reload magazin meiner wiener bundeswehr neun schüsse und eingezielter oder die band da liegt auch blaues zeug hier geht nämlich selten jemand hin diesen blauer rucksack glaube ich mein blauer rucksack was rucksack zu brauchen um sachen mitzunehmen die wir nicht findet das wollte ich nicht hala hängt doch nicht in den mosambik an du willst doch dass wir verlieren oder wird noch dahin gehen wollen tatsächlich das war ich viel gepingelt wir können ist eine pistole es ist super ich würde mich echt freuen wenn mir argen in seiner old auch wirklich die leute los schickt und die nicht alle auf einem hund stehen doch man ja die old ist halt nur übrigens brauchen und beschleuniger und das ist aktuell zumindest noch und da geht es unten rein stimmt ja mich reinschleichen man macht mir die tür auf und gehst nicht rein was ist bei dir falsch macht die tür auf und drehst dich um und gehst nicht rein gedanken prozess macht die tür auf warte ist schon gelootet wenn die tür offen ist ich fahrgültig hier die mag ich nicht auch wenn überall eine gearmode hier rumliegt bin kein fan der triple take triple take ist eine schotten es ist nicht nicht als schottgang klassifiziert alle umliegen zwei mosambik spiel schießt ihr ne dann wurde aber in der richtung geschossen das war bloß der wind das war bloß der wind nimmst du die jetzt doch oder wat ja hier zwei stücken die wolken gesetzen bin aufm weg der kommt nur holt steiner ist er rüber gelaufen einer dauern bei mir müsst ihr hier drin sein ist nicht unten ich glaube ich oben er macht schild an das war doch ein zugriff der lief ist denn was kein zugriff doch doch oh 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 alles gut oh 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 luxusproblem nur ein precision choke er hat sogar angepingt tatsächlich nach energy ammo braucht man gar nicht so viel für dieses ding hier hier ist noch mehr energy ammo ich glaube ich jetzt nicht so machen wir jetzt wie wäre es mit weinen ne da bin ich dagegen ähm wir haben versucht hinzugehen ich habe 120 munition ich brauche nichts mehr aber aber drop ship supply ship over there supply ship ja unten sind wir noch ne deathbox ne wenn ihr wieder reingucken wollt ja ne wir haben wir ja mal redloot das ist alles gut warte ich hebe mal kurz meine gaskanister wieder auf die wollten auch wieder beleben tja dumm gelaufen ja dann saßen wir schon daneben dann war meine ulti natürlich echt böse für die situation stimmt das ist vor allem geht deine ulti ja auch noch durch das Schild von ihm ne tatsächlich also sein Schild hilft nur gegen seine eigene ulti aber deine raketen landen erst auch in der ulti und explodieren dann muss aber halt den glück haben dass eine rakete da rein fliegt zwei spots zwei andere die frage ob der jetzt schon oben ist oder ob das ist das erste drop schon hat also zwei dropships das sieht ungelootet aus hier oben das sieht sowas von ungelootet aus hier oben rein wir wollen entspann in das mit mit sind auf jeden fall noch mit licht klick die pack gefunden nice hier gebe ich eins nehmen na klar die stecken null weil die so gut sind da drüben kam gerade ein drop und der ist instant gelootet ja ich habe gerade schüsse gehört irgendwie ich habe hier übrig die gegner sind da alle ich brauche nur weil sie ein visier ich habe nichts wirklich könnte mir erstmal irgendwo runter gehen in richtung zone wir sehen sie halt so richtig schlecht wir sind hier recht offen hier oben ja deswegen ich würde noch in die andere richtung richtung zone irgendwie rausgehen erstmal da reingehen lieber also den low ground haben das schon kacke aber wir können hier mal versuchen das mit deckung und high ground zu nehmen ich dachte gerade da war ich jetzt geschafft dass mich das monken wir mussten sein ich bin ich irgendwie nicht so sicher nach einer vorschlag wo wir hin wollen wieder in die häuser rein dort da wo noch gasstraps haben wir stehen die häuser finde ich besser aber wir sollten unten rumlaufen ok und den drop noch mitnehmen wir schon auf dem weg sind der herr licht nicht so auf dem weg aber geht halt in der nähe da oben der dritte oh nein falscher schießer nicht schießen können wir gleich wenn ich in der position sind wenn ich in der sichtposition äh ich seh es immer noch nicht fuck die sind wieder hinter wahrscheinlich jetzt also ich seh sie nicht wenn sie irgendwie da rüber kommen können wir gerne noch mal ballern da oben sind sie da springen sie rum ich bin mal sneaky das noch nicht alle in eine richtung gucken ist ein bisschen das problem also kurie ruhig weit in die richtung wir haben auf meinen decoy geschossen wir kriegen direkt gehen wir hier ins haus ran kommt doch hier oben drauf oder ja genau perfekt ich könnte den auch smoker nehmen wenn wir wollen welchen jetzt den drop der kommt ohne gefangen wir können auch einfach so nehmen dass wir direkt neben uns wie auch den anderen genommen ja das problem ist wir sind an einem visier von denen schießen wir auf irgendjemanden schießen wir auf irgendjemanden ja die kämpfen gegen eine gruppe ich geh schnell zum drop ja das zwei leuten das shield gezogen das war alles was noch drin war ja ok das ich habe schon genommen ich bin nicht so gut eine obendrauf noch ne ich muss meine ging ins aufladen bisschen angst dass wir von hinten gebumst werden ja die kämpfen gegenwander also das sind die letzten beiden achso ne dann sind wir nicht von hinten gebumstbar stimmt ok die haben anscheinend gebalter ne es ist äh bengelock ja da kommt noch ein drop also die haben auch lifeline wahrscheinlich hm hm wie kommst du auf die idee oh ne neue killi da also ich scheinen durch zu sein habt einer von euch ne ult um da irgendwas zu machen ne nicht für die range einer ist unten am stein ok sein sein schild ist gepoppt bingo ich habe hier noch vier schuss mit der dicken sniper die die jemand haben ok jetzt müssen wir nicht drauf haben ne ja die müssen sich jetzt nämlich bewegen ich meine ich kann auch ne ult hinschmeißen wie es hat mich getroffen wie es hat mich getroffen die müssen halt hier rum ne also das sind zwar safe aber dann ja gut die nächste zorn wäre halt die frage ne soll ich jetzt hinschmeißen jetzt oder so kannst du gerne machen ja brauch ja einen moment bis die kommt ich geh ein stück näher ran tatsächlich ich hast du nicht nope noch nicht die können auch hinten rumlaufen stimmt die müssen eigentlich hinten rumlaufen hätte ich sogar jetzt ja weil da auch die zone endet ja nicht zu hin jetzt hab ich dummer meine granaten schon verböllert die sind schon hier die sind hier schon komplett drin ja die sind da drin im haus direkt neben uns beiner bei mir ah der scheiß gas macht mich grad übel slow ja hinter uns sind sonst unter uns hier die sind überall um uns rum der ist oben im haus einer ist genockt einer der die 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 und die 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 phoenix geht nehmen kann ich verhalten wird gleich umrand wahrscheinlich wenn du zehn sekunden stehen kannst kannst du geratzen das war dann noch und doch noch ein squad liegt genug hier kann sein wie wir halten hier ist direkt anrufen mir wir kommen hinter die runde gesprungen ich glaube nicht die zehn sekunden phoenix geht durch krieg auch kommt schon eingenockt oder soll ich nicht tun soll ich tun ich habe die executioner deswegen soll ich das tun auf jeden fall ich habe die executioner aber die waffen war noch so geil die ich jetzt ziemlich hatte und Das war's für heute.